Ich bin hier mitten im Bergischen. Jetzt ist hier ein Tor gewesen. Es wurde auf jeden Fall schon mal aufgebrochen vor langer Zeit. Hier steht Achtung Bidi überwacht. Aber das glaube ich irgendwie nicht so wirklich. Auf jeden Fall ein ganz ganz altes Lost Place, glaube ich. Ganz altes Feines. Entweder ist da ein Tier oder da ist noch jemand. Aber ich tippe auf ein Tier. Das ist eine alte Mühle. Eine alte Mühle ist das, denke ich. Ziemlich zugemüllt. Taschenlampe habe ich natürlich wieder nicht mit. Ist wieder, guck mal, Alarmanlage. Tür ist auf jeden Fall ausgerissen. Du lieber Himmel. Hier sind noch die Maschinen. Taschenlampe sollte ich vielleicht mal dran denken. Nächstes Mal. Hier noch so Haken. Kompressor. Druckbehälter. Eine Schleifmaschine. Eine alte. Also ein richtig kleines Schmuckstück haben wir hier. Da geht es ins Büro. Ja. Das hier ist das kleine Büro. Wahnsinn. Eine alte Lampe. Hier so alte Gewichte. Tja. Eine richtig alte Mühle. Hier sind noch alte Papiere. Ich muss jetzt auch wieder nach vorne. Ich habe meinen Roller mit all meinen Sachen da vorne. Kann ich nicht so lange unbeaufsichtigt lassen. Da vorne stehe ich. Tja, dass das hier mal Video überwacht war, ist das schon eine lustige Sache. Mensch, 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 Mensch. Da sind überall Rehe oder so. Immer wieder hört man was. Hier so ein Kessel. Jede Menge Metall. Alles Metall. Riesenmetallsammlung. Und auch hier. Das ist Metall. Boah. Auch alles Metall. Ja, was man damit wohl gemacht hat. Dass hier geschmolzen wurde. Ich kann es nicht sagen. Das ist auf jeden Fall ein Fund. Sehr, sehr urig. Okay. Ich kann mal ein paar Fotos machen. Ich kann mal ein paar Fotos machen. So. Ja. Der Roller steht noch da. Hier war wahrscheinlich ein Bachlauf. Ja, und da ist das alte Mühlrad. Wahnsinn. Ja. Hier plätschert jetzt kein Wasser mehr. Da ist auch wieder dieses Symbol. Dieses Symbol. Das ist hier überall. Na, da auch. Das, was zu bedeuten hat. Ich denke, ja. Ja. Sehr coole Location. Und einfach so auf dem Weg. Ja. 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 Ja.